Das hier scheint ein Cyborg zu sein. Hallo, du bist ein Cyborg hier. So ein bisschen, ja. Okay, und das sind alle Mindstorms? Ja, 100%. Mindstorms plus Technik. Und was kannst du damit machen? Du kannst mich nicht schlafen, oder? Es ist so schwer, dass ich es vielleicht. Nein, es ist ein Prototyp, also es ist nicht richtig gut. Okay, du kannst nicht mein Mikrofon nehmen. Wow, es ist so schön. Okay, okay. Wie lange dauert es das? Ein paar Tage. 2 Tage? 2-3 Tage, ja. Oh mein Gott, das ist sehr schnell. Das sieht wirklich cool. Vielleicht noch mal die Funktion. Oh, eine Part ist missing, okay. Aber es funktioniert gut. Vielen Dank, dass du das zeigen. Have fun! Doach! ... ... ... ... ...